Goal? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Ja! Ach, wir müssen in den Gadget Shop? Ja, stimmt doch eigentlich. Der Lotto-Automat ist ja da drin. Wir müssen in den Gadget Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als erstes kamen ja eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Genau. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay, ich schau mich erst mal um. Köderfische? Köderfische? Die Wenzels der Tierwelt. Ah ja, können wir mitnehmen. Hey, was tust du da? Ich, äh, ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Äh, wo? So. Willst du mich veralbern? Veralbern? Beklauen? Irgendwie sowas, ja. Na gut. Ähm, haben wir hier noch was? Ach, haben sie jetzt zugemacht. Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Die Klappe hier zum Beispiel. Ich probier mal, sie aufzustossen. Die Tür war fest verschlossen. Ach, schön. Ich probier mal, sie aufzustossen. Die Tür war fest verschlossen. Oh Mann, ey, ihr seid so durch, Leute. Das ist Gilligan's Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadgetshop kennt? Komm, kitzikitzikitzikitzikitzikitzikitzikitzikitzikitzikom, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadgetshop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Echt? So kann ich ihr den Köder jetzt darin packen? Komm, Kütze, 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 komm, Jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Hm, die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Hm. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kommen wir hier jetzt noch nicht weiter. Also gehe ich mal zu Podorfiske. Oder nee, warte, eine Sache würde ich noch machen. Hätte ich was vergessen. Geh mal, los, Jo. Und zwar wollte ich noch mal mit dem Angler reden. Der fängt immer noch seine Fische. Na du? Psst. Lass das mal meine Sorge sein. Ach, warte. Moment, ich mach gleich. Ich hab was vergessen. Und zwar muss ich vorher Le Gole... B-b-baby go. Genau, das ist eine Voraussetzung. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Ja, so und zwar brauchen wir... Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Hm, wo war da... Oder war das so die richtige Reihenfolge? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ist schon wieder ein Weilchen her. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Na, jetzt angle ich weiter. Ah, hier ist es ja. Könntest du ein Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein. Du bist ja auch noch da. Ah ja, du kannst das gar nicht, oder? Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Hühnchen. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Na gut. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ja, gib mir ein Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha. Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. So, jetzt warten wir. Wir warten, wir warten. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Wir warten, wir warten. Wir warten auf den Tod. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Wir warten, wir warten. Wir warten auf den Schlotten, der ist rot und hat den Tod mit den vier Haken. Bitte, Rufus. Ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Gib mir einen Stiefel, denn wir warten, wir warten. Auf den Stiefel. Rufus, ich hole mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Wir warten, wir warten, dass der Pyjama irgendwann mal abfällt. Ich meine, wir warten auf Stiefel. Rufus, bitte. Okay, okay. Ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Natürlich. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Yay, jetzt können wir zurück. So, den habe ich nämlich schon mal auf Vorrat geholt, weil ich keinen Bock habe, hier dauernd hin und her zu gehen. Da sparen wir Zeit. So, und jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig, als hier hin zu gehen. Alte Antriebsturbine. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeits-Käsereibe. Ah ja, Klappe. Halten. Da ist aber drin. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Ah ja. Äh, hier. Passt. Alte Antriebsturbine. Tank. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ein Tank. So. Aber wir haben noch kein Öl. Das kriegen wir, glaube ich, von Isla Obacht. Na gut, dann gehe ich noch mal kurz zurück und... Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen können. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, irgendwie schon. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Ha. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt. Obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Gun. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, bist du ja in einer falschen Adresse. Keine Sorge. Ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Ach nee, ach, bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Ach, lass das bitte, ja. Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Ähm, genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt es noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber, 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 aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ah, hast früher mal Let's Plays gemacht, richtig? Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja, ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Äh, was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Äh, falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschorf von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Hm. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ah, ja. Was stinkt denn hier so, wie unsensibel von mir? Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Naja, ist Standardgeruch für uns Gamer. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber, aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Du bist ja Kummer gewohnt. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach, so. Und jetzt du. Ähm. Ätsch. Ähm. Ätsch. Ätsch. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove. Yeah. Wer ist cool, beliebt und klassisch, wer kickt, er erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und style springt wie ein Alper geht. Wer kommt krass und ganz weit rum, er ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Hey, hey, hey. Was, was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Auf iTunes verkaufen. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchel-Ausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Äh, du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Das sagst du. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Ähm. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Äh, gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegstall abgeriegelt. Dann weißt du vielleicht auch. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Äh, na klar. Der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich, äh, ich kenne nur den hier. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, die Ponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt. Es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Äh, bitte was? Äh, beim Gähnen verrenkt. Hm, so langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Hm, na gut. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Ja, also, ähm, bist du eigentlich noch hungrig? Bist du immer noch hungrig? Ah, und wie. Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich hab wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erklär ich dir später.